Deswegen, wir machen jetzt das erstmal weiter. Alles klar, also Erza. Könnte noch leben. Da unten. Komme ich hier am besten runter. Da, hier. Ach, äh. Komme ich hier auch runter? Sieht so aus, ne? Alles klar, dann laufe ich doch lieber da lang. Fahrersegel, yo. Das bräuchte ich jetzt, ne? Sieht so aus. Oh. Wenn man da runterlaufen könnte. Ich hoffe, das stimmt auch. Hey. Hey. Hält's ab. Hä? Jetzt. Zur Hölle. Keine Fuchshaut, Mann. Ich krieg einfach keine Fuchshaut. Ich hab irgendwie das Gefühl, man kann ja doch nicht runter. Alter. Nicht runterrutschen. Hier geblieben. Fuchs out. Nice. Wölper fallen. Braucht kein Schwein. Das schon eher. Okay. Man kommt hier also doch nicht runter. Auch wenn das hier für mich so aussieht, als wenn man hier runterlaufen könnte. Aber gut. Wisst ihr was? Da hab ich jetzt eh eh keinen Bock drauf, da rumzulaufen. Wie immer. Greiser. Da drüben, ne? Mit Sicherheit. So, dann mal über den Fluss. Ja, noch was herstellen. Yes. Natürlich. Okay. Obwohl, besser ist das hier erstmal. Die Sonne blendet. Die Sonne blendet. Eine Gabel um. Hier sollte sich Nassan einfinden. Dann gucken wir mal, was mit dem ist. Sieht gut aus. Echt? Findest du? Tierzahntalisman. Okay. Schauen wir mal, was wir so finden. Da ist auf jeden Fall was. Ja, eindeutig. Wenn jemand Nassan weggeschleift hat, gibt es Spuren. Na also. Mal sehen, wo sie hinführen. Da hat, äh, da bin ich auch gespannt. Wie gesagt. Auch wenn die das wirklich an Bedürftige geben. Rechtfertigt doch nicht andere zu bestehlen. Puh, nice erwischt. Wenn da oben was ist, dann können wir mal wieder Sachen verkaufen. Platz zu machen. Da oben gibt es bestimmt was zu kaufen. Ich wollte gerade sagen, die lassen mich doch nicht einfach so rein. Nein. Gut. Soll es aber mal von den Balken da weggehen vielleicht. Danke. Okay. Spurumschütze. Okay, da müssen sie jetzt auch dran glauben. Sonst kann ich hier nicht wirklich wen hier erledigen, ne? Vielleicht da. Weil es ja auf dieser Seite der Mauer ist, was nicht dann... Ich meine, so ein Pfeil in den Hinterkopf, der hätte das nicht gerne, ne? ... ... ... ... ... ... So, dann lassen wir uns jetzt mal gucken. Vielleicht soll ich den hier außen erstmal wegmachen. Ja, Serene hat heute Geburtstag, da hast du recht, Marvin, hast du gut erkannt. Äh, lol, what? Was, warum ist der auf einmal hier rum? Ich wollte nur den da oben erwischen. Fuck. Der hätte besitzen müssen. Äh, gute Frage, ob die noch da ist, kann ich dir gerade gar nicht sagen. Ja, halt still. Oh, fuck. Hallo. Ah, lol, wie viele da waren. Oh. Oh, fuck. Alter. Okay. Ja, ey, warum der mich da auch auf einmal gesehen hat, ey. Schwachsinn. Hoffentlich ist Nassan da drin. Okay, nochmal. Uh, Marvin verschenkt hier Subs zum Geburtstag. Fuck, nice. Nice. GZ. So. Ach, fuck off. Scheiße, das hat ja wieder super geklappt. Hä? Der ist doch voll durchgegangen. Mistvieh. Bitte. Bitte. Hm. Ich sehe was. Mein Gott. Ja, genau. Hau rein da. Uh, nice. Alter. Willst du dich lieber um die Maschine kümmern? Nicht sterben. Nein. Weich aus oder sterben. Alter. Fuck. Oh. Wow. Das ist nicht gut. Als ob das nicht getroffen hat, man. Das Wort des Schattens. hast du. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt stirbt doch. Mann, ey. Niemals den Fall. Ja, wie der ausweicht Aber ich werde immer getroffen So, jetzt reicht's Mann, ey, ich hätte das Vieh lieber anders gemacht, ey Oh Gott Oh, wie die einfach immer treffen, ne Und wieder ein Jahr älter, jetzt 19 Jahren, nice Jünger wird niemand Ach, ey Das regt mich echt auf, ne Das war vorhin so ein guter Anfang Und dann auf einmal steht der da hinter mir Hat mich entdeckt, warum auch immer Werde gleich rot Ach Oh, ey, und jetzt so eine Kacke hier Das hätte ich echt viel Mal viel lieber anders gelöst Hast kein Grund, nie So Ja Wir sind ja jetzt schon ein bisschen älter Oh Kann ich so nicht pfeifen Warum kann ich denn so nicht pfeifen Ach, da ist er Alter Der ist genau durch und durch geflogen, der Pfeil Mann Warum trifft das denn nicht So ein Schwachsinn Man ist immer so alt, wie man sich fühlt Ich fühle mich heute 80 Oh, das ist nicht gut Boah, das regt mich grad ein bisschen auf Der fliegt einfach durch die durch Wo auf jeden Fall schon mal markieren Da oben wurde mir noch Ein Bogenschütze angezeigt Ist das nur die gleiche Oder wahrscheinlich, ne Ja, das ist die gleiche Naja, ansonsten werden mir jetzt echt keine mehr angezeigt Lagerfeuer, okay Muss ich den Bart verlegen haben Oh je Ja, ich auch Normalerweise nimmt man ja ein Bart Damit Rückenschmerzen besser werden Also kriege ich auf jeden Fall von meiner Bart? Bett? Weiß ich nicht Kann ich ja auch im Bart verlegen haben Guck mal, was ist denn hier? Hier kommen wir doch bestimmt vom Mega gut Genau so wollte ich das machen Und nicht über die Vorsprünge da Geht keine Ahnung Sag mir nicht Alles geht Sie haben Nassan also erwischt Er braucht Hilfe Versuchen wir es nochmal Nur eine Frage, denn du wirkst etwas geschwächt Was wolltest du bei der Weggabe? Das war knapp Okay, warte, warte, warte Dafür hab ich auch was Gott Okay, das wird, das wird, das wird, das wird unser Tod Wir sterben Äh, okay Leute, wir sterben jetzt wieder Der muss weg, der Typ Der muss weg Oh fuck Und weg Und weg Weil ich das hier erst immer wieder darauf umschalten muss Nervt halt Ui Ja gut Sind wir doch nicht gestorben War aber knapp War wieder Ja, nicht die Aber ich wusste nicht, wie ich das sonst machen soll Da waren so viele Die hatten mich locker so direkt gesehen Da musste ich jetzt einfach brutal Ja, ja, klar Die kann man nicht mitnehmen Was ist mit dem Stein da Im Grafikpack Ne, du musst noch kurz warten Wollen mich erstmal einmal umsehen Ach, das ist das Lagerfeuer Okay War das nur noch das hier So Auch nur einen Händedruck, ne Und runter Schaffst du das auch? Easy Können wohl alle hier Das nehmen wir mal mit Das hält sich Kindyf hat mir von euch erzählt Nicht nach Sonnenfall Mach's gut Okay, das war's dann schon für uns Wir brauchen die jetzt nur noch einmal abgeben Oder was Aber wieder ein bisschen Holz mitnehmen Ähm Da ist auch ein Fisch Erstmal hätte ich gerne die Ratte Da ist die irgendwo Ach, da Uh, nice Und du Und die Ratte Nicht das, was ich brauche Mal wieder Ja, wen wundert's So, nach Meridian müssen wir Ne Können uns vielleicht auch einmal kurz hier den Langhals holen Das wird bestimmt wieder nicht lustig Wie das letzte Mal mit den Schnappenmäulern Ja, ja Jünger wird man nicht Ja, mehr Medizin Kann man immer gebrauchen Wenn man sich so geschickt anstellt wie ich In den Kämpfen Ah, oben rüber Ja, dadurch, ne Und dann links wahrscheinlich Warte mal Das kann man doch eigentlich relativ gut hier sehen, ne Guck mal Hier durchgehen Ja, doch Ja, ne Auch wenn das so neblig ist Man sieht es ja trotzdem relativ gut dadurch Ja, doch Vielen Dank.